Barbara Schönebergers größtes Vorbild ist keine andere als Beyoncé. Die 47-Jährige hätte gerne auch eine Charakterstimme, die dreckig und verrucht klingt. Diesen Wunsch gesteht die Blondine schon 2019 in der Berliner Zeitung. Aber da war die Powerfrau wohl nicht ganz ehrlich. Denn ihr Style-Vorbild ist anscheinend ebenso eine internationale Größe der Gesangswelt. Und zwar Tina Turner. Wie wir darauf kommen? Das Multitalent zeigt sich nun in einem Tina Turner-Gedächtnis-Outfit. Und eine Barbara Schöneberger weiß natürlich den Leder-Mini und die Löwen-Mähne in Szene zu setzen. Ab dem Moment, in dem das Multitalent im schwarzen sexy Minirock steckt, fühlt sie diesen auch und legt eine flotte Sohle in der Umkleidekabine auf den Teppichboden. Dabei werden wir nicht nur Zeuge ihrer sehr guten Parodie des Musikvideo-Klassikers Private Dancer von Tina Turner. Denn ein Improvisationstalent wie Barbara singt natürlich auch selbst. Und so können wir uns auch einmal mehr ihre Gesangsstimme anhören. Obwohl diese nicht ganz an die Tiefen ihres Vorbildes Beyoncé heranreicht, beglückt uns die Moderatorin mit dieser Hammer-Performance und einem garantierten Flashback ohne Umwege in die 80er Jahre. Unser Fazit? Zieht euch warm an, ihr Beyoncé's und Tina Turner's dieser Welt. Barbara Schöneberger steht in den Startlöchern und steckt mit ihrem Improvisationstalent weltweit Gesangshelden locker in die Tasche.